Ja, warum hast du nicht Nein gesagt? Und dieses verdammtische Mädchen ist immer noch weg. Aber mal sehen, vielleicht finden wir es ja noch heute ab. Ein weißes Kaninchen mit einer Taschenuhr. Und ein junges Mädchen folgt eben diesen Kaninchen in seinen Bauch und fällt hinein. Auf diese Weise gerät sie in eine andere Welt. Ja, genau. Und in dieser anderen Welt trifft sie eine total dämlich gritzende Katze. Eine Herzkönigin. Eine Wasserpfeifenrauchende. Raute. Und vielerlei andere Gestalten, gegen die unser Elferbad als normal durchgehen würde. Ja, also da lassen wir uns direkt mal überraschen. Im Disneyland der Willstnitzer Karnevalsvereinigung Alice und ihr Wunderbeid. Ja, also? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020